Klicken wir auf Component und öffnen wir den Chart. Geben wir den Tiger ein, wählen wir Time-Frame und den Chart-Type aus, Cluster, Double-Cluster oder Box-Chart. Klicken wir Apply. Auf der Systemsteuerung können wir auch den Chart-Type bestimmen. Volumen, Delta, Delta-Prozent, Sell, Buy, etc. Ändern wir zum Beispiel den Cluster-Type auf Double-Cluster und schalten wir Sell-Buy, Beat-Ask um. Die Cluster-Chart und Box-Chart-Einstellungen befinden sich im Setup-Menü. Settings-Klasse-Box. Ausführliche Beschreibung jeder Einstellung finden Sie in einem Video. Der Link steht in der Beschreibung. Hier betrachten wir nur die Haupteinstellungen. Cluster-Profile-Mode, das ist der Profil-Modus. Wenn wir ihn deaktivieren, dann werden die Clusters in Form der Rechteck angezeigt. Double-Cluster-X-Separator auf dem Double-Chart. Weiter verfügen wir über die Cluster-Einstellungen mit dem Aus- und eingeschalteten Profil. Ändern wir zum Beispiel die Profilfarbe zu Grau. Als nächstes haben wir die Linien-Einstellung, die die Bar-Eröffnung und Bar-Schließung und ihre Richtung widerspiegelt. Machen wir diese Linie dicker. Dann kommen die Beilieder-Einstellungen, d.h. die dominante Seite BIT-ASK, und die Einstellung des maximalen Wertes jeder Bar, der maximale Wert des linken und rechten Clusters. Ganz unten befindet sich die Box-Chart-Einstellung. Um den Diagrammfenster-Hintergrund zu ändern, gehen wir zu Setup-Menü, Settings, Miscellaneous, Sonstige Einstellungen. Hier kann man das Flow-By-Cell-Histogramm ausschalten, das die erfüllten Market-Ordes anzeigt. Man kann auch die Scala-Schrift, die Klasse-Bedeutungenschrift und den Chart-Hintergrund ändern. Machen wir ihn dunkelgrau. Fangen wir mit dem Box-Chart fort. Man kann entweder in diesem Diagrammfenster auf Box-Chart umschalten oder das bereits eingestellte Chart-Fenster duplizieren, Setup-Clone-Window, und den zweiten Chart mit denselben Einstellungen öffnen. Wählen wir das Box-Chart-Timeframe aus, zum Beispiel 30 Sekunden. Dann bestimmen wir das Box-Timeframe 1, 5 Minuten. Nach dem Wunsch wählen wir auch das Box-Timeframe 2, 15 Minuten. Man kann auch das Box-Profil aktivieren. Losen wir beispielsweise das Profil der ersten Box aus. Bestimmen wir 5 Minuten. Jetzt sehen wir das Profil für jede 5-Minuten-Box. Die Einstellungen dieses Profils sind im Setup-Menü Studies für F2 Settings zu finden. Da kann man auch die Farben-Profil-Transparenz ändern, die zusätzliche Informationen unter dem Profil entfernen, Show Summary, die Farbe des Profils ändern, TPO2 deaktivieren. Es gibt auch eine Möglichkeit, die vertikale Histogramm hinzufügen, das das Volumen oder das Delta jedes Timeframes anzeigt. In diesem Fall jede Box. Wir sehen auf solche Weise das Delta oder das Volumen für jede 5-Minuten-Box. Wechseln wir zu 15-Minuten-Box. Dann sehen wir das Volumen und das Delta für jedes 15-Minuten-Timeframe. Die Box-Chart-Einstellungen sind im Setup-Menü Settings Cluster-Box zu finden am Ende der Liste. Wenn Sie zusätzlich Fragen über die Cluster- und Box-Chart-Einstellungen haben, bitte wenden Sie sich an unseren technischen Support. Den Kontakt finden Sie in der Beschreibung. Ininaams Inde Eloher Ger she